Musik Also heute geht es um die Frage, wer kann das Siegel dieses geheimnisvollen Buches im Himmel öffnen? Wir lesen dazu aus dem letzten Buch der Bibel, aus der Offenbarung, Kapitel 5, die Verse 1 bis 9. Da heißt es, und dies ist wieder ein Blick in den Himmel, den der Apostel Johannes tun darf. Da heißt es, in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, sah ich eine Buchrolle. Sie war innen und außen beschrieben und mit sieben Siegeln verschlossen. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme fragte, wer ist würdig, die Siegel aufzubrechen und das Buch zu öffnen? Aber es gab niemand, der es öffnen und hineinsehen konnte, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde. Ich weinte sehr, weil niemand gefunden wurde, der würdig war, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Da sagte einer der Ältesten zu mir, höre auf zu weinen. Der Löwe aus dem Stamm Judah und Nachkomme Davids hat den Sieg errungen. Er ist würdig, er wird die sieben Siegel aufbrechen und das Buch öffnen. Da sah ich direkt vor dem Thron, umgeben von den vier mächtigen Gestalten und vom Kreis der Ältesten, ein Lamm stehen. Es sah aus, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, die in die ganze Welt gesandt worden sind. Das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß und nahm die Buchrolle aus seiner rechten Hand. Und als es sie genommen hatte, warfen sich die vier mächtigen Gestalten und die vierundzwanzig Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder Älteste hatte eine Harfe und eine goldene Schale mit Weihrauch. Das sind die Gebete der Menschen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Sie sangen ein neues Lied. Und das Lied lautete, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel aufzubrechen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet, und mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen für Gott erworben, Menschen aus allen Sprachen und Stämmen, aus allen Völkern und Nationen. Soweit unser heutiger Text aus Offenbarung, Kapitel 5, Vers 1 bis 9. Und das war hier eine moderne Übersetzung in heutigem Deutsch. Wer ist eigentlich der Herr der Welt? Zu dieser Frage haben wir einige Gedanken, angeregt durch den Abschnitt, den wir aus Offenbarung, Kapitel 5, gelesen haben. Der paraguayische Chaco ist ein Gebiet so groß wie Westdeutschland. Es ist eine flache Gegend, bewachsen mit Krüppelbusch und Savannen. Hier herrscht typisches Landklima mit langen, sehr heißen Sommern. Immer wieder kommen lange Dürreperioden vor. Der Besiedlung und Bewirtschaftung durch Einwanderer stellten sich viele Hindernisse entgegen. Als es schon moderne Großstädte und viel Zivilisation in Südamerika gab, war der Chaco immer noch ein unberührtes Gebiet. Ein paar kleine, arme und sehr primitiv lebende Indianerstämme streiften durch die unermesslichen Weiten dieser Region. Dann kamen ein paar Siedler deutscher Abstammung in dieses Gebiet. Bauern mit ihren Familien aus Kanada. Und drei Jahre später eine andere Gruppe aus Russland. Die paraguayische Regierung nahm diese Flüchtlinge auf und wies ihnen Land im Chaco zu. Dieses Land mussten die Siedler von dem damaligen Eigentümer, einem reichen Herrn Casado aus Argentinien, kaufen. Die Urkunden darüber liegen noch vor. Bald nachdem die Bauern das Land unter sich verteilt hatten und mit dem Bau einer Unterkunft und der Bearbeitung des Bodens begannen, kamen sie auch mit den ersten Indianern zusammen. Die Begegnungen verliefen friedlich. Die Weißen nahmen keine Waffen in die Hand, um den Eindringlingen auf ihrem Land zu zeigen, wer hier Anrecht auf Grund und Boden hatte. Eindringlinge hier verstanden als Indianer, die auf das Land der Siedler kommen würden. Vielmehr gaben sie ihnen kleine Geschenke, versuchten ihnen zu helfen und nahmen auch ihre Hilfe beim Bau der Häuser und bei der Landarbeit in Anspruch. Die Indianer fühlten sich nicht bedroht oder beraubt und sahen keine Notwendigkeit, einen Streit mit den Siedlern zu beginnen. Wenn beide Kulturen auch sehr unterschiedlich sind, so existieren sie doch friedlich nebeneinander, schon seit vielen Jahrzehnten. Einer hat vom anderen gelernt, einer hat dem anderen geholfen und eigentlich haben alle davon profitiert, wenn auch die einen mehr und die anderen weniger. Vor einiger Zeit fuhr ich wieder einmal in den Chaco, in die Kolonien der deutschen Siedler. Drei junge Männer aus Deutschland saßen mit mir im Bus. Sie hatten etwas über die Weißen dort in der Wildnis erfahren und wollten sich das Wunder einmal selbst anschauen. Vieles war neu für sie und sie stellten manche Fragen, aber sie hatten auch fertige Antworten und Vorurteile. Sie fanden es überhaupt nicht richtig und nun kamen diese bekannten Argumente, dass die weißen Eindringlinge den armen Indianern ihr ganzes Land weggenommen hatten. Nach ihrer Ansicht verdrängten jetzt die Weißen, die rechtmäßigen Eigentümer immer weiter und beuteten sie und ihr Land aus. So eine Ungerechtigkeit. Es ist schwer, diesen Argumenten etwas entgegenzusetzen, weil sie so verbreitet sind und durch viele mehr oder weniger objektive Informationen erhärtet zu sein scheinen. Aber hier habe ich einige Fragen. Erstens, haben die Siedler den Indianern wirklich das Land weggenommen? Es wurde ihnen von der Regierung zugewiesen und sie haben es bezahlt und eine amtlich beglaubigte Besitzurkunde dafür bekommen. Zweitens, wer sagt, dass dieses riesige Land der Indianern gehört? Es stimmt, sie haben hier die Wälder durchstreift, sie haben sich an die Gegebenheiten angepasst und diese Region ist ihnen zur Heimat geworden. Aber manche dieser Indianer sind von anderen Gebieten eingewandert und haben, ohne jemanden zu fragen oder zu bezahlen, dieses Land durchstreift. Drittens, was heißt eigentlich gehören? Wenn auf einem Gebiet so groß wie Westdeutschland 7000 Indianer leben, wie können sie solch eine Fläche überblicken und wirklich gebrauchen? Dann wäre eine Familie vielleicht im Besitz von einer Fläche so groß wie Niedersachsen. Also ein super Großgrundbesitzer. Aber wer hat ihm das Land zugesprochen? Wer hat das Recht zu sagen, dass diese ungeheure Weite, die sie gar nicht einmal in Generationen durchstreifen können, ihr Eigentum ist? Sie haben es weder geschaffen, noch erworben, noch je beansprucht. Ich weiß, dass man das heute fast nicht laut sagen darf. Genau betrachtet gehört der Chaco weder den deutschen Siedlern, die das Land gekauft, eingezäunt, urbar gemacht und bebaut haben. Noch gehört es der paraguayischen Regierung oder dem Volk, die ihr Besitzrecht von der Eroberung herleiten wollen und von der Vermischung mit den Indianern dieser Gegend. Aber das Land im Chaco gehört auch nicht den Indianern. Es gehört Gott. Er hat es gemacht und erhalten und er kann es auch nehmen oder geben, wem er will. Nirgends hat Gott festgelegt, dass dieses Land das Erbe der Indianer oder der Paraguayer oder der deutschen Siedler sei. Was hat diese Geschichte aber nun mit der Offenbarung zu tun und dem Buch mit den sieben Siegeln, von dem wir eingangs gelesen haben? Das will ich zu erklären versuchen. Das Buch war sicherlich eine beschriebene Tierhaut, die zur Aufbewahrung zusammengerollt wurde, so wie es damals üblich war. Man könnte vermuten, dass diese Buchrolle die Bibel, das Wort Gottes war. Was sonst sollte der, der auf dem Thron saß, in seiner Hand haben? Oder war es das Buch des Lebens? Aber ich glaube, dass diese Rolle noch etwas anderes versinnbildlichen kann, wenn man auch nicht so leicht darauf kommt. Mir gefällt die Idee, dass es sich bei dieser Pergamentrolle oder Tierhaut um ein Dokument, eine Urkunde gehandelt haben kann. In dieser Urkunde ist festgelegt, wer einen Rechtsanspruch auf die Erde und auf die Schöpfung hat. Diese Besitzurkunde weist Gott als den rechtmäßigen Eigentümer der Erde aus. Er hat die Welt geschaffen, erhalten, erlöst. Darum gehört sie ihm. Das ist von Anfang an so festgelegt worden. Die sieben Siegel bedeuten, dass diese Urkunde verschlossen und ihr Inhalt den meisten Leuten nicht bekannt war. Seit der Zeit, als das Paradies noch existierte, wird nun Gott diese Welt streitig gemacht. Und seit dieser Zeit hat Gott grundsätzlich geschwiegen. Er hat die Besitzurkunde der Welt in Händen. Aber andere tun so, als ob ihnen die Welt gehört. Und es sieht oftmals aus, als ob Gott hier wirklich abgesetzt sei und der Streit um sein Erbe von anderen Leuten ausgetragen wird. Eines Tages aber, und diese Situation sehen wir in Offenbarung Kapitel 5, wird die Urkunde geöffnet und alle Welt kann es sehen, wer der rechtmäßige Eigentümer der Schöpfung ist. Damit du siehst, was ich meine, möchte ich einmal einige Mächte nennen, die sich heute noch um die Erde streiten, oder besser, die Gott, die Herrschaft, über seine Schöpfung streitig machen wollen. Das erstens einmal der Mensch. Obwohl er Teil der Schöpfung ist, möchte er sich doch als Herr über alles aufschwingen. Dazu hat er ja auch eine besondere Stellung von Gott bekommen. Schon im Schöpfungsbericht, ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 1, Vers 28, hatte Gott zu Adam und Eva gesagt, vermehrt euch, breitet euch über die Erde aus und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere und vertraue sie eurer Fürsorge an. Das war eine sehr hohe Berufung. Aber es hieß nicht, dass die Menschen die Eigentümer der Erde seien. Sie waren Verwalter. Doch seitdem hat der Mensch immer wieder so getan, als ob ihm die Erde allein gehört. Er hat Länder und Erdteile in Besitz genommen und Wälder, Berge, Flüsse, Ozeane unter sich aufgeteilt und gesagt, das gehört mir und das gehört dir. Er hat nicht nur die Bodenschätze und die Natur ausgebeutet, sondern auch weitgehend die Reichtümer dieser Erde missbraucht und vernichtet. Aber das ist vielleicht noch nicht einmal das Schlimmste. Viel gefährlicher ist es, dass der Mensch sich nicht mehr um Gott kümmert. Er fragt nicht mehr nach seinen Geboten und seinem Willen. Er will nichts mehr von Gottes Plänen wissen und lässt sich auch nicht mehr in Grenzen verweisen. Durch seine Intelligenz ist es dem Menschen möglich, über Tiere zu herrschen und die Natur zu besiegen. Er kann alles alleine und glaubt nicht, dass er Gott Rechenschaft ablegen muss. So hat der Mensch versucht, dem eigentlichen Herrn der Welt seinen Besitz streitig zu machen und ihn abzusetzen. Aber nicht nur der Mensch möchte der Herr der Welt sein. Auch das Böse scheint um die Herrschaft auf dieser Welt zu kämpfen. In Ecuador erschreckte uns vor kurzem die Nachricht, dass ein 16-jähriger Junge über ein Dutzend Menschen kaltblütig mit der Pistole umgebracht hatte. Immer größer werden die Verbrechen, immer unverschämter die Anschläge. Die Kriminalität nimmt weltweit stark zu. Es wird gelogen und gestohlen, geschlagen, gestochen, geschossen. Es wird eingebrochen, geraubt und zerstört. In einer modernen Großstadt ist man seines Lebens nicht mehr sicher. Bis in die höchsten Kreise herrscht Korruption und Unmoral. Jeden Tag wird es schwerer, einen ehrlichen Menschen zu finden, dem man vertrauen kann, oder jemanden, der uneigennützig handelt und das Wohl der anderen im Auge hat. So wie bei den Einzelnen, so geht es auch bei den Völkern. Ein Volk übervorteilt das andere, beutet es aus und nimmt ihm seinen Besitz mit Gewalt oder List weg. Der Ehrgeiz und die Arroganz Einzelner reißt ganze Nationen in den Strudel verheerender Kriege. Die Sünde herrscht auf dieser Welt, nicht das Gute regiert, nicht die Liebe, nicht die Gerechtigkeit, sondern Hass, Gewalt, Unmoral, Betrug und Korruption. Es sieht aus, als ob das Böse die Herrschaft der Welt an sich gerissen hätte und Gott völlig abgesetzt worden sei. Aber es gibt noch jemanden, der Gott diese Welt streitig machen will. Wir hatten gesagt, dass Gottes Besitz ihm streitig gemacht wird, einmal vom Menschen, zweitens vom Bösen und drittens noch vom Tod. Der Tod hat eine große Macht und niemand scheint ihm widerstehen zu können. Der Mensch kann sich nicht vor ihm retten und die Schöpfung nicht, ja nicht einmal der Sohn Gottes. Auch Jesus musste sterben am Kreuz von Golgatha. Die höchste Intelligenz auf dieser Erde kann den Tod nicht besiegen. Der größte Reichtum kann ihn nicht aufhalten und die größte Kraft ist kein Hindernis für ihn. Dem Tod muss sich eines Tages über kurz oder lang alles unterwerfen. Dabei ist er ein erklärter Feind Gottes. Alles, was Gott geschaffen hat, das will der Tod auslöschen und vernichten. Da, wo Gott Leben geschenkt hat, ist er mit seiner zerstörerischen Gewalt am Wirken. Hier gebraucht der Tod Krankheiten, wie Krebs und Aids. Dort gebraucht er Hungersnöte und Katastrophen. Hier ist es die Umweltverschmutzung, die das Leben in Flüssen und Meeren vernichtet. Dort sind es die Abgase, die die Luft verpesten und Menschen pflanzen und Tiere krank machen und vernichten. Wo Gott Leben hervorbringt, da bekämpft es der Tod und will es vernichten, bis er eines Tages Sieger über diese Welt und die Schöpfung Gottes ist. Viertens, der eigentliche Feind Gottes aber ist Satan. Von Anfang an hat er Gott absetzen und die Herrschaft selbst übernehmen wollen. Dabei sind seine Motive nicht gut. Er will nicht, dass es jemand besser hat als jetzt. Sein einziger Beweggrund sind Neid, Stolz und Rache. Er möchte sein wie Gott und weil er das nicht sein kann, möchte er alles zerstören und ins Verderben reißen, was Gott geschaffen hat. Es ist eigentlich der Satan, der hinter allem steckt. Er beeinflusst den Menschen gegen Gott und redet ihm ein, er solle die Welt regieren. Der Satan fördert das Böse in dieser Welt und unterdrückt das Gute. Er ist der eigentliche Anstifter zu Gewalt, Unmoral, Korruption und aller Sünde. Er ist derjenige, der alles Leben und alles von Gott Geschaffene töten und vernichten will. Satan ist sehr mächtig und es sieht heute oft so aus, als ob er doch der Sieger sein wird. Gott hat sich offenbar zurückgezogen und überlässt seinen Feinden diese Welt. Es kann sein, dass noch andere Mächte und Kräfte um die Herrschaft dieser Welt kämpfen. Sie wollen Gott seinen Besitz und seine Stellung streitig machen. Aber Gott hat die Urkunde in der Hand. Er gibt sein Recht nicht auf. Er verlässt seine Schöpfung nicht und niemand kann ihm sein Eigentum rauben. Gott ist der rechtmäßige Besitzer der Erde. Nicht den Indianern gehört der Chaco von Paraguay, sondern Gott. Auch der Amazonas gehört Gott. Die Arktis und Afrika und auch Deutschland und jeder einzelne Mensch, der dort wohnt. Jetzt noch streiten verschiedene Kräfte um den Menschen und um die Übermacht auf dieser Welt. Aber eines Tages wird die Urkunde in Gottes Hand geöffnet und er nimmt wieder seine Stellung ganz und sichtbar ein. Dann wird er seine Feinde zur Rechenschaft ziehen. Er wird die Sünden richten und die Sünder strafen. Er wird dem Tod die Macht nehmen und die Gläubigen wieder auferstehen und lebendig werden lassen. Er wird den Teufel binden und schließlich in den Feuersee werfen, wo er ewig brennen wird. Dann wird Gott wieder seinen ihm gebührenden Platz einnehmen und Ordnung auf der Welt schaffen. Nun musst du verstehen, dass wir in dieser Zeit, bis Gott seinen Platz wieder einnimmt, umworbene Leute sind. Menschliche Ideologien, Philosophien und Anschauungen werben um uns. Und wollen uns auf ihre Seite gegen Gott ziehen. Der Teufel wirbt um uns, möchte uns zum Bösen und zum Fluch und Tod für andere und die Schöpfung gebrauchen. Aber auch Gott wirbt um uns und möchte uns auf seiner Seite haben. Er will nicht zerstören, sondern unser Leben und unser Glück. Es ist schön, so umworben zu sein, aber wehe, wir begeben uns jetzt auf die falsche Seite. Das hat Folgen für die Ewigkeit. Wir sind Gottes Besitz. Er hat uns geschaffen und nicht wir selber. Er ist ein guter und gnädiger Herr. Er ist ein mächtiger Gott, der ewig siegen wird. Warum sollten wir ihn bekämpfen, uns von ihm abwenden und ihm sein Recht über uns absprechen? Mach doch lieber Folgendes. Sag Gott heute Danke, dass du ihm gehörst. Sag ihm, dass du ihn jetzt und für immer als deinen Herrn anerkennst. Bitte ihn, dir deine Rebellion und Sünde zu vergeben und dich zu seinem Kind zu machen. Dann bist du klar auf seiner Seite. Brauchst nicht gegen ihn zu kämpfen und hast ewigen Frieden. Wir beten. Herr, dir gehört die Welt und alles, was darin ist. Auch auf unser Leben und unsere Gaben hast du einen legitimen Anspruch. Wir wollen dir nicht widerstreben, sondern dich anerkennen als unseren Herrn und dir glauben, gehorchen und folgen. Amen.